Hier unten rechts das runde Ding, die Geschwindigkeit schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, die Welt ist gerade im Griff von Corona, wird gerade regiert von der Pharmaindustrie, der Impfindustrie und der Testindustrie. Und alle anderen leiden und zahlen und Pharmaindustrie, Test- und Impfindustrie und einige andere Corona-Gewinnler verdienen viel und alle anderen gehen pleite oder haben zu kämpfen. Also, ja, heute zentrales Thema. Ich hatte ja gestern ein sehr nettes Gespräch. Wo ist es denn? Ein sehr nettes Gespräch mit dem Parteigründer der Partei Wir 2020. Und ja, also für uns stellt sich ja die Lage im Moment so dar, dass wir sozusagen für die Partei Wir 2020 bisherige Experten haben. Experten bisher sozusagen sind einmal Lösungen.jetzt, die ja sehr eng verbunden ist mit Economy for Mankind.org. Da ist wohl auch jemand Mitglied eben der Partei Wir 2020, wodurch dann auch die Sendungen sozusagen mit dem Logo von Wir 2020 erscheinen, während wir hier, die NextScientistsForFuture.de, ja bisher eben ganz normale externe Experten sind. Ja, und eben auch, wir empfehlen ja auch die Gemeinwohlökonomie noch hinzuzuziehen. Gestern wieder Gespräche mit, aber wenn sich von denen niemand bereit erklärt, die neue große Volkspartei beraten zu wollen, also wenn sie da keine Rolle spielen wollen, können wir auch gerne diese Rolle übernehmen. Jetzt muss man sich das so vorstellen, vielleicht so eine Sendung, die Parteimitglieder, Parteivertreter quetschen aus die Experten, ja, und drei Minuten kriegt einmal Lösungen jetzt plus Economy for Mankind, dann kriegt drei Minuten die Gemeinwohlökonomie und dann kriegt drei Minuten Redezeit, Uhr, die NextScientistsForFuture.de und da so und dann immer so weiter und die Parteimitglieder und die Parteipersonen quetschen sozusagen ihre externen Experten aus. Ja, und das wäre doch das Modell dann, wie man die Sendung machen kann. Jetzt stellen wir uns also vor, jetzt ist also eine Sendung erschienen, nie mehr Steuern zahlen, Ausrufungszeichen. Und jetzt hat also Lösungen jetzt und Economy for Mankind sozusagen in dem Falle nicht drei Minuten, sondern viele Minuten geredet und jetzt redet NextScientistsForFuture.de viele Minuten mal und sagt, was es zu diesem Thema, Reform des Steuerwesens und so weiter zu sagen gibt, wie deren Standpunkt ist, denn der ist minimal natürlich anders, ja. Und dadurch sind also unsere Tagesthema ist natürlich entsprechend Volkspartei Wir 2020, nie mehr Steuern zahlen, Fragezeichen, ja. Und dann, liebe Doktoren und Professoren, Schiffmann, Backdivo, da kommen wir, Köhnlein, helft mit, ja. Denn ohne Prominenz sind 20 Prozent bei der Bundestagswahl nicht möglich. Die sind ja auch, also denn die NextScientistsForFuture haben ja ein Potenzial von 56 Prozent, die Reformen festgestellt in einer simulierten Bundestagswahl, einer Testwahl sozusagen. Ja, das ist also keine Prognose, das unterscheidet sich. Also solche Prognosen bei der Wahl in den USA waren ja deswegen ungenau, weil auch viele der sozialen Erwünschtheit folgen. Denn wenn sie angerufen werden und gefragt werden, welche Partei sie wählen, dann ist es manchen peinlich sozusagen zuzugeben, dass man Trump wählt. Und dann sagen die halt, ne, ich wähle den beiden, ne. Und während so eine simulierte Bundestagswahl, da werfen die Leute ihren anonymen Zettel in eine Wahlurne, ja. Ja, und da kreuzen sie an, was sie wirklich denken, ja. Und dann hinterher wird es nochmal anonym davon getrennt. Schreiben sie noch kurz auf, warum sie so gewählt haben, ja. Also ich kann ja mal gerade hier so gucken. Wo ist es denn? Na, so, hier. Wo haben wir denn die Sachen? Da sind sie doch schon. Ja, also wenn wir jetzt hier mal, ich rücke das mal ein bisschen in die Mitte für Sie, dass es ein bisschen schöner aussieht. So, wenn man jetzt also hier so einfach guckt. Was, wo sind wir denn hier? Also, hier haben sie die simulierte Bundestagswahl mit zwei Meinungsforschungsinstituten. Das leitende ist also ein Partnerinstitut des zweitgrößten deutschen Meinungsforschungsinstituts. Und dann zum Beispiel, ja, dann schreiben die Wähler eben danach, sozusagen, das war jetzt mit einem Vertreter der Next Scientist for Future, Probleme der Gesellschaft gut erkannt, schreiben die dann, nachdem sie das gewählt haben. Allerdings, der Fairness halber muss man immer sagen, die 44%, die die Reformen der Next Scientist for Future nicht gewählt haben, die waren total dagegen. Aus meiner Sicht haben sie nichts verstanden, aber das ist ja egal. Und die schreiben dann so ihre Kommentare, die 56, warum habe ich jetzt so gewählt? Probleme der Gesellschaft gut erkannt, produktive Verbesserungsvorschläge, Probleme gut ausgearbeitet, Verknüpfung von Problemlösungen, sehr durchdacht, würde Herrn Dreistein in dieser Form gerne als Regierungsmitglied sehen und so weiter. Sie können hier stundenlang weiterlesen, also die Kommentare, warum diese 56% der Wähler das gewählt haben. Sie können also da ganz viel lesen und nachher gibt es ja dann auch noch unten die aktuellen Kommentare, müssen wir ja dann auch noch lesen. So, ja, hier, nee, das hier, neu ist das aus Internetdiskussion, das kommt ja nachher auch noch, das stelle ich mal wieder in die Mitte. Ja, dann fange ich doch mal an. Wie war das Tagesthema? Nie mehr Steuern zahlen. Also jetzt stellen wir uns vor, Lösungen.jetzt hat ja eine Sendung gemacht gestern. Nie mehr Steuern zahlen. Punkt. Und jetzt sagen die Parteimitglieder, ja, was sagt denn jetzt die externen Experten von den Next Scientists for Future vom Weltrat? Was sagen die jetzt denn bitteschön zum Thema nie mehr Steuern zahlen? Fragezeichen. Und dann legen wir doch mal los. Also, die Standardreform der Next Scientists for Future zum Thema Steuern ist erst einmal, warum gibt es denn solch eine unüberschaubare Flut an Steuergesetzen? Wo liegt der vorteilbringende Irrtümer für die Finanzämter darin, für die Mitarbeiter, für den einzelnen Mitarbeiter des Finanzamts? Denn die Formel der Next Scientists for Future lautet ja, wir müssen VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer, aussterben lassen durch positive Anreize. Schluck Wasser. Zum Beispiel mag ein vorteilbringender Irrtum sein, ja, wir müssen doch jedem Bürger ein faires und gerechtes Steuerrecht sozusagen zur Verfügung stellen. Deswegen müssen wir jetzt noch diese Verordnung, noch diesen Paragrafen, noch diese Regel einführen. Und das führt dann dazu, dass dann die Karriereaussichten jedes Finanzamtmitarbeiters steigen. Denn für die Bearbeitung der neuen Paragrafen und die Einhaltung der neuen Paragrafen müssen wieder neue Mitarbeiter eingestellt werden. Und dann kann dieser Mitarbeiter, der quasi die ganze Sache komplizierter gemacht hat, wieder Karriere machen, indem er vorgesetzter dieser neuen Mitarbeiter. Denn wer wäre besser geeignet, diese Mitarbeiter, diese Abteilung zu leiten, die neue Abteilung zu leiten, als derjenige, der die komplizierten neuen Paragrafen entwickelt hat oder vorgeschlagen hat. Jetzt müssen wir das genau umdrehen. Jetzt müssen wir positive Anreize setzen dafür, dass nur noch der Karriere macht und nur noch der belohnt wird und so weiter, Verdienstzuschüsse bekommt und so weiter, der gute Vorschläge und dann umgesetzte Vorschläge macht, wie man sozusagen alles total vereinfachen kann. Und die 99 Prozent aller Steuerregeln wettstreichen kann, sozusagen. Und sodass das Finanzamt dann gesund schrumpft und die Beamten in die Wirtschaft entsendet werden können. Dadurch werden volkswirtschaftlich viele Gelder eingespart und diese Gelder können wieder verteilt werden auf die gesamte Gesellschaft, sodass jeder was davon hat, dass dieser riesige Wasserkopf-Finanzamt winzig geworden ist und viel effizienter. Zum Beispiel, indem jetzt dann eben einfach einfache Regeln gewählt werden. Jetzt schlägt ja Lösungen.jetzt-beziehungsweise economy4mankind.org Lösungen.jetzt-beziehungsweise economy4mankind.org Vor wird mit 4 geschrieben, mit der Zahl 4. Schlägt ja vor, sozusagen eine Umsatzsteuer. Leider wird nicht erklärt, was für uns Finanzleien das bedeutet. Bedeutet, ist das die Mehrwertsteuer auch oder was ist eigentlich Umsatzsteuer? Ja, also wäre schön gewesen, das nochmal zu erklären für denjenigen, der sich nicht jeden Tag mit Finanzamtinhalten beschäftigt. Aber gut, auf jeden Fall sollen praktisch alle anderen Steuern einfach gestrichen werden. Und das bedeutet ja letztendlich, ich weiß es nicht, wie es mit den Sozialabgaben ist, aber das würde ja letztendlich bedeuten, dass die Arbeitnehmer keine Steuern mehr zahlen. Und jetzt ist schon, das heißt, dass praktisch würde, dass das, was an sich der Arbeitnehmer an der Finanzierung der Infrastruktur, also der Straßen, der Schulen und so weiter, mit beiträgt, würde er nicht mehr beitragen. Also alle Arbeitnehmer in Deutschland würden das nicht mehr mit beitragen. Und dadurch würde ihr letztendlich das effektives Gehalt, ja, letztendlich ihr Nettogehalt, letztendlich stark ansteigen. Und dann wird, sagt ja sozusagen, Lösungen jetzt auch so etwas, so Dinge wie, so Dinge wie 6.000 Euro für Pflegekräfte, wohl ohne Abzüge. Das wäre ja ungefähr, hat wahrscheinlich eine Verdreifachung des Nettogehaltes oder so. Jetzt stellt sich für uns als neue, echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftler, NVWler, sozusagen stellt sich ja die Schlüsselfrage, woher kommt das Geld? Woher kommt also die Tatsache, dass die Bürger mehr Geld haben und dass wir dann auch vielleicht auch mehr Geld haben sollen für die Kommunen, so dass die dann mehr investieren können? Ja, es muss ja dann über die Umsatzsteuer kommen. Und diese 15% vorgeschlagene Umsatzsteuer, die führen wahrscheinlich dann dazu, dass für die weltweiten Unternehmen und auch jedes deutsche größere Unternehmen ist ja auch ein weltweites Unternehmen und kann ja gehen, wohin es will, könnte ja auch in Deutschland die Zelte abbrechen, die Arbeitsplätze mitnehmen, die Maschinen mitnehmen und im Ausland aufmachen. Und wenn wir uns vorstellen, dass also die ganze Welt sozusagen, stellen wir uns hier sozusagen die Erde vor und stellen sie uns jetzt mal so einen Strich vor, ja, also hier den, oder hier, ich mache mal hier so einen Strich, ja. Und das wäre so ungefähr die Landschaft, wie die Welt sich darstellt. Dann sind die Unternehmen wie ein Wasser. Und das Wasser fließt immer dorthin, wo die niedrigsten Kosten für die Unternehmen entstehen. Also wenn hier zum Beispiel ein Land wie, wie heißt das, Pakistan zum Beispiel, im Bereich der Nähindustrie, also der Textilindustrie, ein Tal ist, also etwas geringere Kosten bedeutet, dann fließen die weltweiten Textilfirmen dahin und lassen in Pakistan ihre Kleidung nähen, ja, also sozusagen, weil die Kosten geringer sind. Jetzt wäre aber Deutschland nicht ein Tal, sondern ein Berg, weil jetzt quasi für die Unternehmen mit der Umsatzsteuer es teurer wird, in Deutschland Arbeitsplätze zu schaffen und in Deutschland präsent zu sein, ja. Und dann ist es ja normalerweise so, wenn sie einen Berg haben, dann fließt das Wasser von dem Berg herunter und dann ist da kein Wasser mehr auf dem Berg. Und das heißt also, dass letztendlich in Deutschland sozusagen die Arbeitsplätze nach und nach, zum Beispiel wenn eine Filiale so renovierungsbedürftig ist, dass also größere Gelder zu investieren sind, dann kündigt der internationale Konzern zum Beispiel einen Starbucks-Coffeeshop, ja. Dann wird der Vertrag einfach, der Mietvertrag gekündigt, die Arbeitsplätze fallen weg und Starbucks baut lieber in einem anderen Land, wo zumindest kein Berg ist oder vielleicht sogar ein Tal ist, also wo die Kosten für Starbucks geringer sind. Dort baut es lieber dann neue, macht es dann neue Filialen auf und stellt neues Personal ein. Und dann kriegen wir hier Arbeitslose in Deutschland, weil wir dann vielleicht der Berg auf der Welt sind, der höchste Berg sind, wo die Unternehmen die Tendenz haben, entweder nicht hinzukommen oder wegzugehen. Das Wasser fließt vom Berg runter zu den Tälern oder wenigstens zu den Ebenen und dann in die kleinen Täler, die sich anbieten, überall auf der Welt. Die Frage ist, ob dadurch Deutschland eine Wüste wird, weil das Wasser fehlt, nämlich die Arbeitsplätze der internationalen Unternehmen, weil es in Deutschland etwas teurer geworden ist, da zu sein sozusagen und zu wirtschaften. Und da sagt dann vielleicht die Welt, ja, ich meine die 80 Millionen Deutschen, das ist zumindest jetzt vorübergehend noch eine relativ kaufkräftige Klientel, aber es gibt noch andere, auch andere Länder haben hübsche Töchter sozusagen. Also auch da ist in vielen anderen Ländern viel Geld und wenn wir dort größere Gewinne machen können, dann gehen wir lieber woanders hin. Ja, und das ist so ein Problem, was ich gern beantwortet hätte jetzt von Lösungen jetzt beziehungsweise Economy for Mankind nachher, in deren drei Minuten dann wieder Redezeit. Ja, wir simulieren ja gerade solch eine Parteikonferenz, Schluck Wasser. Ja, und dann ist eben sozusagen die Frage, Erstens, ich würde gerne wissen, was also die Finanzbeamten selber, wenn sie dann den positiven Anreiz hätten, dazu sagen würden, so eine rigorose Änderung auf einen Schlag zu machen. Wir denken ja eher evolutionär, also neue Anreize setzen und dann einen Evolutionsprozess entstehen lassen, bei dem sich am Ende die besten Ideen übrig bleiben und die beste Steuerreform übrig bleibt. Und das von Economy for Mankind ist also das Konzept, gleich mal zu sagen, wir machen es jetzt mal eine ganz brachiale Änderung. Und das Dilemma ist eben auch hier in dem Falle quasi, dass diese Steuerreform, wenn es dann dazu führen soll, dass die Kommunen höher finanziert werden und die einzelnen Bürger mehr Geld haben, also Pflegekräfte 6.000 Euro oder gar bedingungsloses Grundeinkommen von 2.000 Euro monatlich, was ja dann extrem teuer wäre, das muss ja dann alles von den weltweit flottierenden Unternehmen, dazu gehören auch die deutschen Unternehmen, die jederzeit abwandern könnten, wenn man sie dazu motiviert abzuwandern sozusagen und die Arbeitsplätze mitzunehmen, also wodurch dann Massenarbeitslosigkeit entsteht, diese Situation, da wäre jetzt halt die interessante Frage wirklich, ja, was ruiniert das Deutschland, weil in diesem Steueränderungskonzept zu viel Enteignung drin ist oder zu viel, nein, nicht Enteignung, Umverteilung. Es ist ja keine Enteignung drin, sondern es ist Umverteilung drin in diesem Konzept. Und bei zu viel Umverteilung kann es dann eben passieren, dass sich die Unternehmen umverteilen, nämlich auf die anderen Teile der Welt umverteilen und die Arbeitsplätze mitnehmen und sich dadurch dann die Arbeitsplätze auf die anderen Teile der Welt umverteilen und aus Deutschland verschwinden und wir dann eben nur noch sozusagen minderwertige Unternehmen haben. Jetzt stellt sich dann, so haben wir das erst mal als Zwischenergebnis, aber die Grundidee vielleicht einfach, man könnte dann sagen, das Problem würde sich ja lösen, wenn man sagt, okay, wir machen diese radikale Steuerreform, erstellen aber nicht eine Umsatzsteuer von 15%, sondern von deutlich weniger, sondern finden den Punkt, an dem die Unternehmen noch bleiben oder auch noch gerne kommen und Arbeitsplätze schaffen als Investoren. Vielleicht ist das dann bei 7% Umsatzsteuer oder 10% Umsatzsteuer, keine Ahnung, das müsste man jetzt ausrechnen lassen sozusagen, wo das liegen würde, dass im Prinzip alle Löhne und Gehälter gleich bleiben würden in der Summe, trotz der Steueränderung, dann wäre es sozusagen so, dass wir einen kleinen Gewinn hätten und damit könnten wir wirklich alle von profitieren, nämlich weil durch die Einsparung des teuren, aufgeblähten Bürokratie-Wasserkopfes-Finanzamts, die sind ja in ganz Deutschland, wenn die alle kleiner werden und die Mitarbeiter entsendet werden in die Wirtschaft und dort ein Wirtschaftswunder begünstigen mit ihrer Mitarbeit, dann haben wir alle was davon und dann können wir das wieder auf alle Menschen verteilen und dann haben alle Bürger etwas mehr Geld, ohne dass die Wirtschaft sozusagen aus Deutschland abfließt und herausfließt und die Arbeitsplätze mitnimmt. Ja, also wir könnten durch so eine radikale Gesundschrumpfung das Steuer der Finanzämter durchaus sehr viel gewinnen und das könnte für jeden ein gewisses Plus im Geldbeutel jeden Monat bedeuten für alle Teile der Gesellschaft. Und das ist doch zu diskutieren und zu überlegen. Also insofern ist das doch ein wertvoller Diskussionsbeitrag der externen Experten von Economy for Mankind und Lösungen.jetzt. Aber jetzt noch einmal, wo ist der entscheidende Denkfehler bei den 15 Prozent? Also wir haben ja das Phänomen, dass leider, wenn man kein naturwissenschaftlicher Volkswirtschaftler ist, sozusagen, wenn man keinen NVBL, der Next Scientist for Future studiert hat, das ist ja eines von deren drei Alleinstellungsmerkmalen, dann haben wir das Phänomen, das gucken wir es uns mal an. Wir haben ja als einen der allergrößten, ich gehe es mal hier durch, das sind unsere Bilder, ja, hier, das sind ja die Steuerelemente, die Steuerelemente, Vorschläge für gewisse größere Steuerelemente. So, dann haben wir doch den einen der größten Vorteil erbringenden Irrtümer der Sozialsparten. Alle Menschen sind Genies, alle sind gleich klug, jedes Neugeborene ist ein potenzielles Genie, es muss nur ein bisschen Dünger in Form von Bildung drauf, dann werden alle Genies und sind alle Gold wert, Schluckwasser. Ja, und da ist schon das Problem, dass dieser vorteilbringende Irrtum wirklich der gewaltigste Irrtum ist, von dem leben die gesamten Sozialsparten, weil das dann dazu führt, dass die Gesellschaft dekadent wird, nämlich nicht mehr darauf achtet, wer die Kinder bekommt und ob die Kinder genügend große Gehirne haben, ob die Intelligenz hoch genug ist, weil das spielt ja keine Rolle, wenn alle Genies sind. Dann gibt es ja diese Normalverteilung nicht, dann gibt es ja nicht die mit den großen Gehirnen, mit der großen Intelligenz und den kleinen Gehirn mit der kleinen Intelligenz, die gibt es ja dann gar nicht. Das verleugnet also sozusagen, dass unsere Urgroßmütter vor vier Millionen Jahren einen halben Liter hatten, also sehr kleine, hier sehr, sehr kleine Gehirne hatten, vier, fünfhundert, und dass wir heute im Durchschnitt, dass wir schon mal angeblich möglicherweise schon 1500 Milliliter im Durchschnitt hatten, also 1,5 Liter Hubraum und dass wir jetzt schon wieder zurückgeschrumpft sind, weil wir eben dekadent leben und solche Wahnvorstellungen von der Gleichheit aller haben, haben wir hier, hier hatten wir wohl die 1500 Liter vor 40.000 Jahren, 0,04 Millionen Jahren und dann heute sind wir schon degeneriert auf 1350 Milliliter, also 1,35 Liter Hubraum und sind auf dem Weg zur weiteren Degeneration der Menschheit intelligenzmäßig. Wir sind auch körperlich geschrumpft, weil wir ja uns mit Ernährung vergiften und uns schwächen und krank machen und so weiter. Ja, und das bedeutet also jetzt, wenn wir also sozusagen jetzt von diesem Aberglauben, diesem antinaturwissenschaftlichen Aberglauben weggehen, dann müssen wir erkennen, aha, ist es nicht so, dass die ganzen Löhne in Deutschland und Gehälter in Deutschland deswegen absinken, weil wir immer dümmer werden, weil wir im Durchschnitt immer mehr Menschen haben mit kleinen Gehirnen, weil wir unsere Karrierefrauen mit Karriereabbruch bestrafen, wenn sie Kinder bekommen, sodass unsere Frauen mit den größten Gehirnen zu wenig, also praktisch oft gar keine Kinder bekommen und wir aber viel Zustrom und viel Nachwuchs haben im Bereich der kleinen Gehirnen, dadurch verschiebt sich in der Normalverteilung sozusagen ist immer weiter von 1,35 Liter im Durchschnitt, wandert diese Normalverteilung immer mehr Richtung 1 Liter, wir degenerieren also intelligenzmäßig immer mehr und dann ist doch klar, da alle Löhne auf dem Weltmarkt, also wenn wir jetzt wieder die Erdkugel anschauen, ja, hier haben wir die Erdkugel für das heutige Tagesbild, ja, wenn wir jetzt also hier die Erdkugel anschauen, dann ist es ja letztendlich so, dass die, wir, die mit, die Leute hier, da die Unternehmen ja weltweit frei flottierend sind, können wir natürlich hier in Deutschland nicht mehr Lohn erwarten pro Stunde, als die Qualifikation wert ist, wenn aber die Gehirne kleiner werden, dann nützt die beste Bildung nichts, dann ist die Qualifikation niedrig und wenn die dann, die Qualifikation sich am Ende, die ja eine Summe aus Intelligenz und Bildungssystem ist, wenn die sich zum Beispiel dem afrikanischen Niveau immer mehr angleicht, dann kann man auch nicht erwarten, dass dann sozusagen allzu viel höhere Löhne in Deutschland bezahlt werden, sie werden vielleicht ein bisschen höher sein, weil ja in Deutschland auch die Kundschaft zahlungskräftiger ist als in Afrika, aber im Prinzip können wir nicht erwarten, dass wir jetzt nun gewaltig höhere Löhne bekommen als die Afrikaner, wenn wir sozusagen nicht mehr besser sind als die Afrikaner, weil wir degenerieren als Deutsche sozusagen und Europäer und dadurch ist es sozusagen so, dass wir, wenn wir und davon natürlich auch unsere Kommunen leiden, die haben natürlich weniger Geld, wenn das Steueraufkommen insgesamt geringer wird und können dann vieles einfach nicht mehr finanzieren, so wie die Afrikaner auch in Slumhütten leben und keine Schwimmbäder finanzieren können und keine anderen kommunalen Einrichtungen mehr finanzieren können, weil sie dafür zu arm sind und so auf dem Weg sind wir ja mit Deutschland und daraus würde sich ja die Lösung anbieten, dass wir sagen, wir müssen hier unsere, das machen wir ja mit unseren Reformen, ja, dass wir dafür sorgen, dass unsere Karrierefrauen wenigstens wieder ein, zwei Kinder bekommen und dass wir hier möglichst gar keinen Kinderzustrom bekommen, wie das jede gesunde Art auf der Erde macht, nur wir nicht schlecht als Menschheit und die Deutschen ganz besonders schlecht machen, ja, also wir wären ja nicht mehr, wir wären ja schon längst völlig abgehängt in der Welt als Deutschland, wenn die anderen Länder nicht einen ähnlichen Fehler machen, wenn die nicht auch diesen Vorteil bringenden Irrtum ihrer Sozialsparten hätten, nämlich, dass alle Gehirne gleich groß seien, und dieser absurde Irrtum, ja, das ist, anti-wissenschaftlicher geht's nicht, also dazu muss man dann, ja gut, und das heißt, wir brauchen hier Kinder und wir brauchen hier, wie war das Beispiel, die hübsche, junge, schwarzafrikanische Ärztin mit hohen wissenschaftlichen Fähigkeiten, die begrüßen wir natürlich durch unser neues Einwanderungsgesetz sehr herzlich in Deutschland, allerdings ohne, ohne dass daraus eine Parallelgesellschaft entstehen darf, wenn sie ein Kind bekommt von jemandem mit Migrationshintergrund, dann stellt das der Gentest fest und dann müssen sie und der möglicherweise bekannte Vater sofort das Land verlassen, denn die Staatsbürgerschaft wird sofort, endet sofort mit dem Moment, sie muss also ihre alte Staatsbürgerschaft behalten, als doppelte Staatsbürgerschaft und in dem Moment, wo sie ein Kind von jemandem mit Migrationshintergrund in Deutschland bekommt, muss sie mit dem Vater möglicherweise das Land sofort verlassen, denn wir dulden keinen Aufbau von Parallelgesellschaften mehr, nachdem wir den Parallelgesellschaftsmitgliedern durch das Wirtschaftswunder der Next Scientist for Future von 500 Milliarden Euro jährlich quasi die Staatsbürgerschaften abgekauft haben und sie dadurch in ihre Heimatländer zurückgewandert sind, sozusagen, denn Parallelgesellschaften führen zu Unfrieden in der Gesellschaft und das muss nicht sein, Multikulti ja, aber bitteschön, diese Ärztin, bitte mit jemandem, der ohne Migrationshintergrund Migrationshintergrund ist, Kinder zeugen, dann kommen ihre wertvollen Hochleistungsgene aus Schwarzafrika in Deutschland rein, in den Genpool und befruchten uns alle und solche Leute benehmen sich meistens auch sehr, sehr anständig, integrieren sich ganz schnell und wenn dann ihre Kinder schon quasi halbe Volldeutsche, also halbe Deutsche sind und die Enkelkinder dann praktisch schon richtige Deutsche sind, ganz normale Deutsche sind, die gar nicht mehr auffallen, dann haben wir dann aber wieder frische Gene drin und wunderbar und wie gesagt, wir als Naturwissenschaftler liegt kein Wert darin, das Deutschtum, die deutsche Kultur, das deutsche Volk zu erhalten, da liegt überhaupt kein Wert drin, da liegt ein Schaden drin, ja, also diese braune Soße ist völliger antinaturwissenschaftlicher Unsinn, also wir distanzieren uns ja von all diesen rechten Leuten, also Werteunion und noch weiter rechts da, mit denen dürfen wir ja gar nicht reden, weil das sind, das ist so die braune Soße, die Gefahr von Rechts halt, das wollen wir ja nichts mit zu tun haben, wir als bodenständige Linke sozusagen. sagen. Ja, äh, äh, die, äh, ja, damit ist eigentlich, äh, das gesagt, das heißt also, wir sagen also jetzt ganz klar hier, wir müssen also, das Problem, dass die Bürger immer ärmer werden, müssen wir dadurch lösen, dass eben die, äh, die Ärmeren einfach keine Kinder mehr bekommen und die Karrierefrauen wieder Kinder bekommen und wir aus aller Welt den Braindrain zulassen und da so ein bisschen egoistisch sind, schließlich wandern ja auch viele unserer glücksten Köpfe ins Ausland ab, vielleicht, weil wir die vertreiben mit durch schlechte Bedingungen in Deutschland, das sollte man dann überdenken, ne, ob man das so weiter tun will, denn man sollte ja die glücksten Köpfe im Inland halten, ne, aber solange, äh, aber wie gesagt, es wandern viele, also die, das Ausland lockt ja viele unserer glücksten Köpfe ins Ausland und dann machen, locken wir aus dem Ausland die glücksten Köpfe des Auslandes zu uns und da kriegen wir auch noch eine genetische Inspiration und Befruchtung für unseren Genpool dafür und gewinnen daran, wenn wir die hübschen schwarzafrikanischen Wissenschaftlerinnen, dass wenn die zu uns kommen, ne, also in diesem Sinne, Multikulti, ja, aber nicht keine Parallelgesellschaften, da ist dann die Grenze, ne, ja, also damit haben wir, glaube ich, dieses Thema ganz gut erschöpft, es ist also, nie wieder Steuern zahlen, ja, muss man nochmal überdenken, da würde ich gerne noch die Meinung der unter neuen Anreiz stehenden Finanzbeamten hören und wenn dann aber alle sagen, das ist ein gutes Konzept, dann können wir ruhig so einen radikalen Bruch machen, aber sollten diskutieren darüber, ob wir wirklich ein Berg werden wollen, also ob es, welche Risiken es birgt, wenn in Deutschland mit 15% Umsatzsteuer die Unternehmen mehr Kosten haben und dann eventuell abfließen aus Deutschland oder ob vielleicht bei 7% oder bei 10% Deutschland dann kein Berg ist, sondern wenigstens auf der Ebene ist und dann immer noch für die weltweiten Unternehmen interessant bleibt und sie dort weiterhin hier neue Arbeitsplätze schaffen, na, das ist der Punkt. Ja, so, soweit jetzt zu der Sendung und jetzt sozusagen, das wäre so eine typische Konferenz gewesen, also übrigens die Sendung, wo der Standpunkt von Economy for Mankind und Lösungen jetzt dargestellt wird zur Steuerreform, der wird in der Playlist, in der höchsten Playlist, das ist wohl die Playlist 4, also der neuesten, des Senders News und Talks für, wieder zu sein und zwar wollen die das reinbringen nach unserer Sendung, also sobald unsere Sendung, sie dann, dieser Sender unsere Sendung, unsere Produktion aus unserem Verteiler sozusagen dann hochgeladen hat, werden die dann auch die Sendung mit dem Vorschlag von Economy for Mankind beziehungsweise Lösungen Punkt jetzt für die Partei wir 2020 dann hochladen, sodass sie dann parallel zu unserer Sendung dann auch die danach stehende in der Playlist 4 ganz am Ende stehende, runter scrollen müssen sie, ja, dass sie immer ans Ende der Playlist kommen, dann sozusagen dort können sie dann die beiden Modelle vergleichen sozusagen, das was ich jetzt gesagt habe als ehrenamtlicher Assistent der Next Scientist for Future vom Weltrat und eben das was Economy for Mankind Meinung ist, so. So, und jetzt haben wir noch so ein paar Gedanken hier, das kann ich ja mal wegwerfen und zwar, was haben wir denn? Die Kurznachrichten, ne? Ja, bei Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie macht Sorgen, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass da eventuell sowas drin ist wie der Gott Mutter Erde, er spricht ausdrücklich, sagt er da die Worte, spirituelle Dimension der tiefen Ökologie, also es hat schon was Religiöses mit dieser Gemeinwohlökonomie, Christian Felberscher Prägung, ja, und das ist da, worin liegt darin die Gefahr? Was ist die Gefahr, wenn ich die Mutter Erde vergöttere, die Umwelt vergöttere, die Tiere vergöttere, dass man sich zu wenig um das Wohl der Wähler kümmert? Also wir, die Next Scientist for Future stehen ganz klar dafür. Wir machen Reformen um das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und das Wirtschaftswunder unserer Wähler zu vergrößern. Und wir machen so viel Umweltschutz, wie gut ist und so viel Erdschutz, wie gut ist für unsere Wähler. Wir machen aber nicht Erdschutz, Schutz auf Kosten unserer Wähler. Ja, das ist nicht sinnvoll. Das können wir als Berater, als externe Berater nicht empfehlen. Ja, und dann nochmal zu KenFM. Das, was viele nicht verstehen, ist, dass KenFM leider ja zu Recht gesperrt wurde oder gelöscht wurde. Schluckwasser. Wir konnten bis jetzt bei YouTube keine Zensur feststellen. von uns wurden drei Sendungen circa gelöscht, aber zu Recht, weil wir zu harte Worte gewählt hatten. Wir hatten Worte gewählt, die im Grenzbereich zum Illegalen waren. Als wir dann diese Worte rausgelöscht haben, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, jetzt, dass unsere Kanzlerin eine Verbrecherin sei, dann wäre das verboten, ja, weil das, das ist eine strafbare Handlung. Ich darf nicht sozusagen einem, ich darf niemanden vorverurteilen, ich darf nicht von der Unschuldsvermutung abweichen und so weiter. Das muss erst ein Gericht bewiesen haben, dass jemand ein Verbrecher ist und dann erst darf ich das vielleicht sagen, ja, das muss man, weiß ich dann auch nicht, also auf jeden Fall darf ich dann sagen, dass ein Gericht diese Person verurteilt hat, ja, denn ob dieses Gerichtsurteil angemessen ist, weiß ich ja dann auch immer noch nicht, ja, und von daher, also bitte überdenken Sie alle Ihre Wortwahl, dann werden die Sender auch nicht gesperrt, ja, also es liegt an der Wortwahl. Wenn man falsche Worte sagt, ja, sie müssen sich klar sein, Worte können, sind ganz gefährlich, stellen sich vor, jemand macht einen verbalen Aufruf zum Mord, dann sind das nur Worte und er kann dann sagen, ich äußere doch nur meine Meinung, ich bin doch nur kritisch und ich äußere doch nur meine Meinung, nein, das ist eine Straftat, eine schwere Straftat, Volksverhetzung, Aufhetzung zum Mord, Anstiftung zum Mord und so weiter, das sind doch schwerste Straftaten und die kann ich mit ganz wenigen Worten machen und kann denken, dass es eine freie Meinungsäußerung sein, nein, wir müssen wechseln zu dem Begriff freie Argumente, also wir sind Argumentefreiheit, aber doch bitte nicht alle möglichen Verbrechen mit Worten, das ist doch nicht gedeckt, ja, also noch einmal, Worte können schwerste, schwerstkriminelle Straftaten sein, also hüten wir unsere Zungen, dann werden wir auch nicht gesperrt und gelöscht, also Verfassungsfeinde von rechts und links wollen, also dann noch mal ganz klar gesagt, Verschwörungstheorien sind gefährlich und sind illegal, wer Verschwörungstheorien macht, der verstößt gegen die Gesetzes, gegen die Gesetze, dass wir keine Menschen vorverurteilen dürfen und dass wir das Gebot und wir verstoßen damit gegen das gesetzliche Gebot keine der Unschulds, gegen das Gebot der Unschuldsvermutung und deswegen müssen wir Verschwörungstheorien bitte schön unterlassen, ja, das sind verbotene Handlungen, verbotene Handlungen mit der Zunge, also Verfassungsfeinde von rechts und links wollen Diktator und Herrscher werden, ja, das ist das Problem, so können sie gar nicht mitbekommen, dass wir ihr Leben viel glücklicher machen können, also das heißt, die Verfassungsfeinde von rechts und links, die machen, die führen ja jetzt einen Krieg, die werden auch einen Krieg gegen diese neue kommende Volkspartei führen, denn, ja, die sind ja nicht zimperlich, die sind ja kriminell, ja, die Verfassungsfeinde von links und rechts, das haben wir ja gesehen, unter der Sendung von Kai Stuth gibt es so ein paar regelrecht schwer kriminelle Rechtsradikale oder Linksradikale, die ja mit aller Vehemenz die Next Scientists for Future diffamieren, beleidigen, bekämpfen und so weiter und schädigen wollen, ja warum, weil diese Verfassungsfeinde von links und rechts wollen ja selber Diktator und Herrscher werden über Deutschland sozusagen und so sind sie so scheuklappenmäßig auf dieses Ziel fixiert, dass sie ja selbst gar nicht mitbekommen können, dass die Next Scientists for Future ihr Leben viel glücklicher machen würden als ein Dasein, als ein gehasster Diktator und Herrscher, aber sie sind so fixiert darauf, Diktator und Herrscher zu werden, dass sie das gar nicht mitkriegen und außerdem ist ihre Intelligenz und ihr Gehirn also so klein, dass sie das nicht erfassen können und insofern müssen wir uns wirklich warm anziehen, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Links, die Nazis und die Neonazis und die Linkskriminellen einen riesigen Krieg gegen uns führen werden, wieder mit verbotenen Handlungen durch Worte, mit Verleumdungen, Rufschädigung, Diffamierung und Lügen und so weiter kriegen, ja, das kann nicht anders sein, die werden auch einen Krieg gegen die neue Partei führen, weil dann ihre Fälle wegschwimmen, dann ist nämlich Schluss mit den ganzen Diktatorträumen, denn das wird, da werden alle Leute wegkommen, weil alles, ja, auch die Parteien werden, die werden allerdings natürlich nicht so kriminelle Mittel benutzen, aber die werden am Rande der Legalität alles benutzen, denn wer ist vom Aussterben bedroht durch die neue Volkspartei, wer könnte unter 5% fallen, die FDP, die Linke, die SPD und die AfD, denn alles zum Beispiel, ja, auch das Asylproblem lösen wir ja auf die bessere Weise, auf viel bessere Weise, das Parallelgesellschaften Problem lösen wir auf viel bessere Weise, unser Einwanderungsgesetz ist viel besser und so weiter, also niemand braucht mehr diese anderen Parteien, alles was die können, können wir besser, als kann die neue Volkspartei dann besser, weil sie die externen Experten Economy for Mankind, Lösungen jetzt, Next Scientist for Future und Gemeinwohlökonomie hat und damit hat sie die besten Experten der Welt und dann werden die Parteien einfach auch nicht mehr gebraucht, die anderen, und dann koalieren wir mit der CDU und dann ist gut, ja, ja, bis wir dann 56% vielleicht haben und dann koaliert die CDU mit uns oder wir regieren alleine, die Partei regiert, ich darf nicht wir sagen, weil wir bleiben immer externe Experten, also der Weltrat ist ja unabhängig über parteilich und so weiter, also wenn ich wir sage, meine ich immer die Partei wir 2020, ja, unsere Universitäten tun doch nur so, als machten sie Wissenschaft, ja, das Problem ist, ja, viele sozusagen die Universitätswissenschaftler, die ziehen so die Nase hoch und sagen, ja, so, wir sind doch die Tollen, nein, die tun nur so, als würden sie Wissenschaft machen, in Wahrheit machen sie Werbung für Konzerne, ja, denn sie, mittlerweile kommt so viel Geld aus der Wirtschaft an die Universitäten, dass sie quasi dass Evolutionsprozesse stattfinden, wo still und heimlich sozusagen sich die Pseudowissenschaft ständig ansteigt und eigentlich nur noch Werbung für Konzerne gemacht wird und für deren Produkte und so weiter, ja, ja, und dann ist die interessante Frage, doch, wir wollen doch, dass die Schere zwischen Arm und Reich zusammen geht, die interessante Frage ist, durch welche Faktoren ist die Schere aufgegangen, naturwissenschaftlich und diese Frage beantworten viele leider nicht und kommen deswegen zu so einem Hauruck-Verfahren, mit dem sie aber die gesamte Gesellschaft zerstören würden, also wir müssen sehr behutsam sein mit dem Thema, wir müssen nämlich die Ursachen wissen, warum die Schere aufgegangen ist, das habe ich schon sehr oft erklärt, mache ich jetzt heute nicht, das können sie in den früheren Sendungen ja massenhaft sehen, und jetzt müssen wir dann zusehen, dass sie dann auch wieder zugeht, aber das wird erst so, vielleicht dann in 10 Jahren, in 20 Jahren wird die Schere erst wieder langsam zugehen und dann immer schneller zugehen, aber das ist, wir müssen, wir dürfen sowas nicht in einem Hauruck-Verfahren machen, ja, denn dann zerstören wir die Volkswirtschaft, ja, ja, wir helfen ja einem Unternehmer, einem Staat ehrenamtlich, kostenlos, die Lecks der Titanic zu schließen und wieder klar Schiff zu machen, also Deutschland ist quasi, ja, am Untergehen, ist ein dekadentes Land, ist am Untergehen und wir helfen jetzt ja gerade, wenn das so erfolgreich weiterläuft, mit der Partei Wir 2020, wir als einer der mehreren externen Experten, ja, dann ist, wir helfen quasi, das ist ein schönes Bild, wir helfen die Lecks der Titanic Deutschland zu schließen und wieder klar Schiff zu machen, ja, und dann, wird Deutschland mit seinem Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich sozusagen, ja, das stolzeste Schiff auf Erden sein, auf diesem Planeten, den sie gerade hier vor sich sehen. Ja, da wird nochmal wiederholt, was ich ja gerade schon formuliert hatte, Finanzamtsproblematik, ja, deswegen, bei Lösungen jetzt, da würde mich wirklich interessieren, woher kommen diese 6.000 Euro, ja, ist die Umsatzsteuer dann so hoch, dass die Unternehmen eben, Deutschland anfangen zu meiden und die Arbeitsplätze weniger werden und dadurch nur noch niedrig bezahlte Arbeitsplätze übrig bleiben und dadurch das Gehalts- und Lohnniveau in Deutschland noch mehr absinkt, ne, ja, 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 also, abschließend sollte man sagen, also auch anlässlich der Sendung von Kai Stuth Creative Caravan der Talk mit uns als externen Beratern von WIR 2020 wir sollten lernen, uns nicht aufzuregen über all die Verbrecher von rechts und links die werden und deren Krieg gegen uns die werden einfach jetzt Krieg gegen uns führen, weil ihre Intelligenz zu gering ist, ihre Gehirne zu klein sind, das wird sich wohl nicht verweiden lassen, also unsere Hoffnung, dass alle Hurra schreien, ist einfach Mangels Intelligenz nicht möglich und weil die auch so fixiert darauf sind, doch endlich Diktator und Herrscher werden zu können oder Führer werden zu können und das wird wohl nicht klappen, also, dass die friedlich bleiben, die werden wohl Krieg führen und ja, das wird dann wohl so sein, dass unsere Fanclubs, es gibt ja mehrere Fanclubs und Fansender von uns und diese Fansender müssen jetzt halt einfach dann immer sozusagen die Wahrheit gegen die Lüge stellen, also die Wahrheit gegen die Verleumdung stellen. Ja, und nochmal eine Empfehlung an alle, auch an die Sender, nur diese Verleumdungen kurz, also die Wahrheit dagegen stellen, aber generell auf Kommentare gar nicht mehr eingehen, weil das benutzen, da stürzen sich dann die Rechts- und Linkskriminellen drauf und benutzen das dann, um ihre Verleumdungen loszulassen, also hört einfach auf, wir haben allen Sendern empfohlen, Kommentare zu deaktivieren, weil das nur die Spielwiese für die Links- und Rechtskriminellen ist, sozusagen und den Krieg gegen die neue Partei, gegen die neuen Experten zu führen und alle zu diffamieren und zu beleidigen, also nie wieder kommentieren, ja, außer wenn jemand einer dieser Kriminellen eine Verleumdung äußert, dann diese Verleumdung sofort den Gegenbeweis liefern, ja, und dann ist gut, steuern und durchaus diese Leute dann auch ganz offen als Verbrecher bezeichnen, denn wenn die uns jetzt verklagen wollten, dann würde ja vor Gericht geklärt werden, dass sie eine strafbare Handlung bezahlen haben und dass dann die Bezeichnung dieser Personen als Verbrecher sozusagen nicht strafbar ist, weil wirklich eindeutig strafbare Handlungen begangen wurden durch die Verleumdung und das wird niemand verfolgen dann, ne? Ja, äh, äh, Steuern in, ah ja, jetzt kommen die noch zum Schluss, für die heutige Sendung, kommen also wieder die neuesten Kommentare, wo finde ich die bitteschön? Die finden wir hier. Neuestes aus Internet Diskussionen 2019, ja, zur Frage Gemeinwohlökonomie als Experte, herzlich willkommen bei der Partei Wir 2020, also ich habe die Leute von der Partei auch so verstanden, dass sie sich freuen, wenn die Gemeinwohlökonomie als externer Berater mit dabei ist, zur Not können auch wir das vertreten, weil wir die Gemeinwohlbilanz und das alles so gut kennen, dass wir das auch den Standpunkt klar machen können, Klug Wasser, aber man muss mal klar sein, die Gemeinwohlökonomie lebt natürlich in einer Illusion der Scheinerfolge, ja, ja, Jahr gab es in Deutschland insgesamt rund 3,4 Millionen rechtliche Einheiten Unternehmen, schrägstrich Unternehmen, als Unternehmen werden wirtschaftlich orientierte Organisationseinheiten bezeichnet, deren Ziel die Gewinnerwirtschaftung ist, Die GWÜ hat davon in der Größenordnung 500 davon. Das wären also Größenordnungen ein Zehntel Promille. Also fast nichts. Also faktisch ist die GWÜ ein bedeutungsloses Randphänomen der Gesellschaft. Ein Zehntel Promille, das ist gar nichts. Ein Promille, ein Tausendstel ist schon mal praktisch nichts. Und ein Zehntel eines Tausendstel, also ein Zehntausendstel der Gesellschaft ist nichts. Und deswegen sollte sie eigentlich froh sein, wenn sie als Experte bei der neuen großen Volkspartei mit dabei sein kann in der Nachbarschaft und als Co-Experte für die Next Scientists for Future. Übrigens sollten sich alle Experten, also die Economy for Mankind, Lösungen jetzt und Gemeinwohlökonomie doch mal bitteschön einer simulierten Bundestagswahl stellen. Das kostet vielleicht tausend oder zweitausend Euro. Aber dann wüssten sie mal, ob die Wähler vor ihnen davonlaufen oder sie wirklich wählen würden. Denn das ist ja keine Umfrage, sondern die Leute geben eine anonyme Urnenwahl ab und dabei sagen sie die Wahrheit. Und das hat man nämlich auch gesehen an den vernichtenden Kritiken der 44 Prozent, die die Next Scientists for Future nicht gewählt haben. Nämlich sozusagen, dass die wirklich kein Blatt vor den Mund genommen haben. Und die haben alle ihre Beleidigungen und ihre negativen Kommentare richtig rausgerotzt. Da sieht man, da war nichts mit sozialer Erwünschtheit, sondern die haben einfach vom Leder gezogen. Also das heißt, umso mehr müssen sie die positiven Kommentare auch wieder als Wahrheit betrachten. Und machen sie doch mal alle so eine Studie, da werden sie ihr blaues Wunder erleben, denn die Wähler sind sehr kritisch bei solchen simulierten Bundestagswahlen. Und das kann jedes Institut, jedes größere, jedes bessere Meinungsforschungsinstitut, Wahlforschungsinstitut kann so eine Studie für sie durchführen. Ja, und dann wieder, dann haben, wie gesagt, wir haben ja viele Fans und Fanclubs und Fansender, ja, was heißt viele, es sind ungefähr fünf ungefähr. Und da schreibt ein Sender, ah, wieder der Verleumdungsverbrecher. Ja, tatsächlich würde es nach den Reformen so sein, jemand fällt eine verbotene Sache im Internet auf. Zum Beispiel, ja, was weiß ich, ein Mordaufruf, eine Volksverhetzung, eine Verleumdung, eine Rufschädigung. Also verbale Kriminalität fällt jemandem auf. Beleidigungen sind ja auch schon verbalisch verbotene Handlungen, ja. Ja, kurzer Anruf bei der Polizei, sofort ermittelt die den Täter, holt ihn sofort zu Hause ab. Der sitzt ja gerade am Computer vielleicht sogar, bringt ihn vor Gericht bei Tee, das ist wohl der Name eines solchen Verbrechers, stellt der Richter anhand der Massen an Sendungen mit den Profs von Weltrat, Next Scientist for Future, in ein paar Minuten fest, dass jedes Wort von diesem Tee, Verleumdung, Rufschädigung und so weiter war und er wird sofort verurteilt. Nach drei Wochen dieser vorher angekündigten Praxis gibt es keine verbotenen Handlungen mehr im Internet. Anders lernen diese Verbrecher es nicht, denn die leben in der Illusion, ihre Verbrechen seien Kritik oder Meinungsäußerung. Dabei kann man mit Worten schwerste Verbrechen begehen, wie Volksverhetzung, Aufrufe zum Mord und Anstiftung zum Mord. So was halten Verbrecher dann für Kritik und, ich ergänze, freie Meinungsäußerung. Ja, das ist der Verschwörungstheoretiker-Irrtum. 10% schwarze Schafe, schwarze kriminelle Schafe, ja, das mag es geben. 10%, 5%, 3% schwarze Schafe in jeder Sparte der Gesellschaft. Aber 90%, über 90% handeln wahrscheinlich aufgrund von vorteilbringender Irrtümer schlecht. Und würde man ihr, also da wird jemand angesprochen, wohl eine Kommentatorin angesprochen, und würde man ihr eigenes Leben wissenschaftlich untersuchen, würde man höchstwahrscheinlich feststellen, dass ihr berufliches Handeln, also ihr, also sie, lieber Zuhörer, auch ihr berufliches Handeln, auch allen anderen geschadet hat, ohne dass sie sich ihrer Irrtümer bewusst waren, Möchten sie jetzt gerne als absichtliche Kriminelle beschimpft werden? Sie können doch gar nichts für die vorteilbringenden Irrtümer, denen sie auf den Leim gegangen sind oder die sie selbst entwickelt haben, aufgrund derer sie uns allen Schaden zugefügt haben. Das ist doch ein Irrtumsgeschehen. Dafür können sie doch nichts. Irren ist menschlich. Sie wussten doch gar nicht, was sie taten. Denn sie wissen nicht, was sie tun, ist doch der Kernsatz der Menschheit. Sie wissen nicht, was sie tun, weil sie alle verseucht sind mit den Killerviren des Geistes, den vorteilbringenden Irrtümern, den parasitären Memen nach Richard Dawkins. Und das wissen sie doch alles nicht. Nun, das war ein alter Kommentar. Das war es jetzt. Ja, das war es doch mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Also, ich wiederhole nochmal hier, die bisherigen Experten der neuen großen Volkspartei der Mitte mit 20 Prozent bei der Bundestagswahl als Ziel. Und, ja, wir empfehlen ja die neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise Linkslastigkeit. Wir verbessern die Politik der Grünen, der SPD und von CDU, FDP. Keine Spur von der Linken, der Werteunion und der AfD. Punkt. Ja, also da ist die Grenze. Nicht reden mit Werteunion und AfD. Punkt. Schluss. Aus. Nichts mit dieser braunen Soße. Wir kippen die braune Soße weg aus der Gesellschaft. Die müssen die AfD wieder zum Verschwinden bringen. Ja, solch einem braun angehauchten Dinge braucht kein Mensch. Ja, hier nochmal die Liste der Experten bisher. Vielleicht kommen ja noch weitere dazu. Aber wir haben keine gefunden, die in Frage kämen. Ja, und dann noch das war es mit den Tagesthemen. Also, nie, Volkspartei, wir 2020, nie mehr Steuern zahlen, Fragezeichen. Also, man sollte das sehr kontrovers diskutieren in der Partei und dann sehr vorsichtig sein mit der Umsatzsteuer von 15 Prozent. Man sollte mal über die Höhe nachdenken und sollte eben durch die neuen Anreize im Finanzamt sorgen, sorgt man dafür, dass die, denn die Finanzbeamten würden ja jetzt aus diesen niedrigen, diesen einfachen Steuersystem wieder in 100 Jahren wieder ein hochkompliziertes Steuersystem machen, weil der vorteilbringende Irrtum dann wieder entstehen würde. Ja, wir müssen es doch genauer und gerechter machen und dann wird es wieder komplizierter und so weiter. Und wenn wir aber positive Anreize setzen und dafür sorgen, dass also die vorteilbringenden Irrtümer dauerhaft ausgestorben bleiben, dann werden wir nie wieder Ärger mit dem Finanzamt bekommen und mit schrecklichen Steuergesetzen. Und dann haben wir das Problem gelöst und liebe Professoren und Doktoren, Schiffmann, Bhakti, Vodakomburg, Köhnlein, helft bitte mit. Ohne euch wird es nicht gehen mit den 20 Prozent. Ohne Promis nichts los. Ja, das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, tschüssi, bis bald.